Hallo miteinander, ich bin Sandra aus dem Prana Vital. Ich möchte euch heute eine Yoga-Sequenz zeigen. Eine ganz meditative, langsame, für alle geeignet, sowohl Senioren als auch Anfängern. Wir tauchen unseren Atem ein, kommen in den Flow und versuchen uns dem Yoga-Fluss, Prana-Fluss hinzugeben. Ich schaue auf zwei Yoga-Blöcke. Das haben ihr vielleicht Vorteile gesehen. Du kannst auch Meditationskissen nehmen, wenn du mit den Knie Probleme hast. Oder natürlich kann man selbstverständlich in den Schneidersitz sitzen. Das geht auch wunderbar zu dieser Sequenz. Ich leite nur an, wie wir atmen. Alles andere möchte ich gerne weglassen. Es ist so, dass es einfach immer gut ist, wenn du aufgerichtet bist, dass du deine Sitzbeinhocken spürst. Egal, ob du im Schneidersitz sitzt oder mit den Knie Probleme hast, dann kannst du gut so sitzen. Bleib einfach immer aufgerichtet. So stell dir eine Feder vor, die dich nach oben zieht. Gut, ich wünsche dir viel Spass. 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 Aus. In. Aus. I atmen. Ausatmen. I atmen. Ausatmen. I atmen. Ausatmen. I atmen. Ausatmen. I atmen. I atmen. I atmen. I atmen. I atmen. Ausatmen. Ausatmen. I atmen. Ausatmen. I atmen. 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 merkst du, dass du einfach in die Ruhe kommst. Dass es etwas wahnsinnig wertvolles ist, um vom Alltag ein bisschen loszukommen und ein bisschen stresslos zu werden. Ich bedanke mich. Viel Vergnügen.